Der Landkreis Nordwest-Mecklenburg hat jetzt auch einen Drohnen-Trupp. Eingerichtet bei der Johanniter-Unfallhilfe, die uns bei der Umsetzung des Projektes behilflich war. Wir halten dieses zusätzliche Angebot für sehr, sehr wichtig. Bei Schadensereignissen können wir jetzt auch zusätzlich Aufklärung aus der Luft betreiben. Und das ist ein ganz wichtiger Beitrag auch zu Ihrer Sicherheit. Früher hatten wir immer bei großen Einsatzlagen einen Hubschrauber bei der Polizei anfragen müssen. Und da es nur einen im Land gibt, war es sehr schwer, den zu bekommen. Jetzt haben wir die tolle Neuigkeit, dass wir eine Drohne hier haben, die wir dann niedrigschwelliger, sprich öfters und schneller zum Einsatz bringen können, um dann die Informationen zu haben, die wir brauchen, um gute Entscheidungen zu treffen für die Menschen hier. Eigentlich wurde sie für Großschadenslagen angeschafft. Jetzt haben wir sie aber da und dann wollen wir die Technik natürlich zum Einsatz bringen. Und immer dort, wo sie gebraucht wird, um den Menschen zu helfen, werden wir sie zum Einsatz bringen. Egal, ob bei der kleinen Gemeindefeuerwehr oder bei der großen Katastrophe. Der Einsatz beim Waldbrand ist die eine Möglichkeit. Wir gehen davon aus, dass wir sie aber sehr häufig da einsetzen werden, wenn Menschen gesucht werden, weil wir dort mittels der Wärmebildkamera sehr schnell sehen können, wo die Personen sich aufhalten könnten. Es gab schon insgesamt vier Einsätze. Wir wurden einmal von der Feuerwehr Boltenhagen alarmiert zur Personensuche in der Ostsee. Der letzte Einsatz ist letzte Nacht gewesen. Da wurden wir von der Polizei angefordert. Da ging es auch wieder um eine Personensuche. Da bin ich.